Musik Achtung, Achtung! Diese Sonnenbrille ist nicht nur schick und sportlich, nein, sie kann noch viel, viel mehr. Deshalb ist sie bei uns ein absoluter Bestseller. Liebe Zuschauer, wir gucken uns die gleich mal im Detail an. Denn zuerst, Kathi hat es ja gerade gesagt, es ist ja ganz unauffällig. Man hat eine Sonnenbrille auf, die ist natürlich sehr steilig. Aber, liebe Zuschauer, wir haben was ganz Besonderes. Und das gucken wir uns jetzt hier tatsächlich mal zusammen an. Hier vorne ist so das bisschen trendige Gehäuse der Rahmen. Und hier über der Nase befinden sich so kleine Bohrungen, so kleine Design-Elemente. Aber ganz zentral hier in der Mitte, da haben wir was ganz Besonderes. Und zwar eine HD-Kamera. Das heißt, hier in Ihrer Brille, in Ihrer Sonnenbrille, ist tatsächlich eine Kamera eingebaut. Jetzt fragen Sie sich, Mensch, wofür birgt sich denn die ganze Technik? Wie soll das denn funktionieren? Die Kamera leitet Ihre Signale hier in den Bügel. Und hier, wenn man zur Seite guckt, dann schaut man hier so ein bisschen Design-Element mäßig auch gestaltet. Also das sieht auch sehr unscheinbar aus. Und hier oben sieht man dann zwei so kleine Knöpfe. Das heißt, hier ist eine ganz einfache Bedienung Ihrer Kamera gewährleistet. Denn Sie schalten einmal die Kamera ein und haben dann die Möglichkeit, die Aufnahme zu aktivieren, beziehungsweise auch ein Foto zu schießen. Also für Sie nochmal zusammengefasst. Wir haben eine Sonnenbrille, eine vollwertige Sonnenbrille, UV-Schutz 400. Also Ihre Augen sind perfekt geschützt. Sieht sehr stylisch aus, sehr modern. Und hier vorne drin befindet sich eine HD-Kamera, mit der Sie wirkliche Videoaufnahmen anfertigen können oder auch ein Foto schießen. Das Ganze wird hier gesteuert über den Bügel. Eine ganz einfache Zweiknopfbedienung. Und als Highlight, liebe Zuschauer, haben wir auch noch ein Mikrofon da drin verbaut. Das bedeutet, Ihre Videos, die Sie aufnehmen, die verfügen am Ende sogar über Ton. Das Ganze wird auf Speicherkarte gespeichert. Das heißt, für Sie, Sie können Ihre Videos am Laptop oder am Rechner ganz bequem von der Speicherkarte ziehen, nachbearbeiten. Und jetzt kommt's, Kathi. Unsere Brille hier, die ist extrem beliebt. Das ist natürlich ein absoluter Topseller bei Ihnen, liebe Zuschauer, weil man kann Sie halt ideal für unterwegs mitnehmen, beim Ausflug, auf dem Fahrrad oder auch gerne mal bei einer Wanderung. Also hier sind wirklich die Verwendungsmöglichkeiten ideal. Und dazu haben wir auch ganz tolle Kundenzuschriften erhalten. Die Kunden, die schon bestellt haben, sind begeistert. Sie waren begeistert. Wir haben so viele tolle Beiträge bekommen. Zum Skifahren ist die Kamera wirklich sehr beliebt. Also wir haben viele, die Sie zum Skifahren bestellt haben. Hier Kundenbeiträge hervorragende Qualität. Die ersten Versuche schon sehr gut. Fantastisch zum Skifahren. Man hat bei der Erbfahrt die Hände frei, erhält aber trotzdem tolle Videos vom Skifahren. Dann haben wir hier tolle Beiträge bekommen, unter anderem von Anglern. Das ist auch toll. Da haben uns Angler geschrieben. Hier, Landung eines Fisches. Das ist toll. Ja, man hat die Hände natürlich dann an der Rute. Kann aber perfekt auch mal so dann tolle Drills unter anderem hier filmen. Und dann ganz viele, die radeln. Also gerade auch beim Fahrradfahren, hier sehen wir es ja auch gerade, ist diese Brille sehr beliebt. Da haben wir wirklich tolle Zuschriften bekommen. Ich habe hier seitenweise die Kundenbeiträge von Ihnen, von den lieben Zuschauern, die schon bestellt haben. Und haben Sie den Preis gesehen, den Sie jetzt bekommen? Genial. 28,41 Euro für diese Sonnenbrille. Ich meine, das ist eine Sonnenbrille. Andreas hat es ja gerade gesagt, mit UV-Schutz 400, da zahlt man ja für eine normale Sonnenbrille schon 30, 40 Euro. Und die hat jetzt auch noch die Kamera da drin, die man hier einfach einschalten kann. Das muss man sich mal überlegen. Das ist doch ein Wahnsinnspreis, den wir hier haben. Kein Wunder, dass die uns hier aus den Händen gerissen wird, dass es so ein Bestseller ist. Die ist jetzt gerade wieder lieferbar. Also wenn Sie die haben möchten, ich nenne Ihnen gleich mal die Bestellnummer, die PX3634 und die 569. Sitzt hervorragend, macht richtig viel Spaß. Und man kann mal eben zack einschalten und kann tolle Aufnahmen machen im Urlaub dann auch. Da muss man nicht immer den Campcorder rumtragen. Das finde ich ja dann auch. Da drückt man einfach dann hier mal eben drauf, zack, und kann tolle Aufnahmen machen mit seiner schicken Brille. Hat die Kamera immer dabei, Ton wird aufgenommen. Das ist ja ideal. Da verpassen Sie wirklich nichts mehr, liebe Zuschauer. Da geht Ihnen nichts vor allem. Das Schöne ist ja, wenn man die Brille auf der Nase hat, da ist eine Kamera eingebaut, dann filmt man natürlich auch immer genau in die Blickrichtung. Das heißt, man muss da gar nicht irgendwie umschalten. Und liebe Zuschauer, das ist natürlich nicht alles. Zu dem Preis hier, zu dem wirklich tollen Preis, liefern wir nicht nur die Sonnenbrille, sondern es gibt auch ein Zubehör. Einmal haben wir hier so ein Täschchen. Da drin ist ein Reinigungstuch. Die Brille braucht man natürlich auch immer, gerade wenn man sie mal nicht benutzen möchte, so ein schönes, schönes Etui, wo man sie toll aufbewahren kann, wo sie dann auch geschützt ist. Aber wir haben hier zum einen bruchsichere Gläser, liebe Zuschauer. Und jetzt muss ich Ihnen was zeigen, das passiert hier an diesem Kopf. Wenn Sie sagen, Mensch, ich möchte meine Kamerabrille benutzen, ich brauche aber gerade diesen Sonnenbrilleneffekt, diesen Sonnenschutz nicht, dann sind im Lieferumfang auch zwei transparente Gläser enthalten. Das bedeutet, Sie können hier, ich halte mal die drüber, Sie tauschen einfach hier diese Sonnenbrillengläser gegen die transparenten Gläser. Und dann können Sie Ihre Brille auch benutzen und hier filmen mit der Kamera, wenn gar keine Sonne scheint. Also das ist hier nochmal ein ganz toller Mehrwert. Ist enthalten in den 28,41 Euro mit dem Etui, was wir gerade bei Karte hier sehen, wo die Brille auch dann hier wunderbar geschützt ist. Und so hat man natürlich mit diesen Wechselngläsern auch eine wunderbare Brille, liebe Zuschauer, die Sie das ganze Jahr durchtragen können. Und ist natürlich auch ideal, zum Beispiel, wenn man hier Auto fährt oder auch Fahrrad fährt und es scheint keine Sonne und möchte trotzdem filmen. Ist sich toll. Also Sie bekommen hier einmal die Brille, dann hier die dunklen Gläser, die hellen Gläser, das Etui und auch das Putztuch. Alles komplett ist für Sie mit dabei. für 28,41 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Und das ist hier wirklich eine tolle Qualität. Die Brille hier mit der eingebauten Kamera, dann hier natürlich mit dem Mikrofon, das mit eingebaut ist, dass Sie sogar Ton mit aufzeichnen können. Das ist hier sogar so ein Hartschalen-Etui. Mit hier so einem Karabiner dran. Kann man sogar mit an die Hose machen oder dann sogar an den Schlüssel, wenn Sie möchten oder sowas. Also wirklich eine tolle Qualität. Oder ans Fahrrad auch mal. Und Putztuch ist sogar auch mit dabei. Alles komplett für 28,41 Euro. Wahnsinn, oder? Bitte gleich zugreifen, bevor es wieder ausverkauft ist. Sie dürfen natürlich auch gleich zwei bestellen, wenn Sie möchten. Oder auch drei, wenn Sie vielleicht einmal verschenken wollen. Natürlich, solange wir Stückzahlen verfügbar haben, ist das kein Problem. Jetzt anrufen. Sofort in die Leitung gehen. Unter der 0180 51 51 3 mal die 2. Die Bestellnummer nenne ich Ihnen gerne noch mal. Das ist die PX 36 34 569. Und dann können Sie hier diese tolle Kamera-Sonnenbrille, HD-Kamera-Sonnenbrille direkt bestellen. Also das ist doch ein Riesenspaß. Für den Preis 28,41 Euro. Geniales Technik-Highlight, liebe Zuschauer. Hier sehen Sie gerade eben originale HD-Aufnahmen der Kamera. Und wer hätte das gedacht, ne? Also solche Aufnahmen werden hier von dieser kleinen Kamera angefertigt, die da unscheinbar verbaut ist in der Sonnenbrille. Wo wird das Ganze gespeichert, liebe Zuschauer? Das ist natürlich auch immer was Wichtiges. Wir haben für Sie parat eine Speicherkarte. 32 Gigabyte. Das heißt, diese kleine Micro SD, die kommt dann schön ins Gehäuse Ihrer Kamerabrille. Und der Adapter hier ist eben auch dabei. Das sehen Sie, das ist die etwas größere Karte. Und dann können Sie Ihre Aufnahmen ganz fix am Laptop oder am Notebook oder am PC angucken. Auch dann nochmal bearbeiten. Und da kann man eben ein wunderschönes Filmchen drehen. Vom Fahrradausflug, von der Radtour mit dem Verein oder eben auch mit den Enkeln, mit den Kindern. 32 Gigabyte, liebe Zuschauer. Da passt einiges drauf. Wir werden es gleich sehen hier in unserem Schaubild nochmal. Und es zählt hoch, zählt hoch, zählt hoch. Jawohl, 28.000 E-Book-Seiten, Fotos. Schauen Sie jetzt mal drauf. 16.000 Fotos. Brauchen wir gar nicht weitermachen. Da passt so unfassbar viel drauf. 32 Gigabyte. Intenso-Qualität. Und der Preis, liebe Zuschauer, das ist wirklich genial. 9,41 Euro. 9,41 Euro für die Speicherkarte. Da können Sie sich gleich eine oder vielleicht auch gleich zwei dazu bestellen. Je nachdem, wie Sie dann auch mal auswechseln, kommt hier an der Seite von der Brille dann einfach rein. Ja, die Bestellnummer ist da die ZX 2274 und die 569. ZX 2274 und die 569. 9,41 Euro. Das ist wirklich nochmal ein Spezialpreis hier für Sie, damit Sie mit Ihrer Brille dann auch gleich loslegen können. Also für 28,41 Euro die Brille mit umfangreichem Zubehör heute. Wir haben es gesehen, ja. Da die Gläser noch mit dabei, dann hier natürlich die Verpackung noch mit dabei, das tolle Edwi und auch das Tüchlein alles. Also greifen Sie zu, solange es verfügbar ist und dann viel, viel Spaß damit.